Jo, weiter geht's. Schon noch ein Stündchen. So, Channel 1. So, gut. Weiter geht's. 13,82. 14,2. Okay. Dann testen wir mal einmal hier von 1. Na, die dauern ein bisschen. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet. Oh, die geben 0,7. Okay, das lohnt dann doch schon. So ein bisschen. Hauptsache, es hat Follower. Kann von mir aus auch AFK sein, das juckt mir ja nicht. Einzige, was halt so hell ist, dass er da dranbleibt. Der Rest ist ja völlig booms. Aber komplett völlig booms. Das heißt denn jetzt nur, ich muss halt aufpassen, wie ich laufe, dass er dranbleibt. Genau. So zog mal eigentlich auch hinkriegen. Geh ich jetzt mal ganz stark von aus. Nehmen wir den da direkt mit. Oh, ich hab mal ein bisschen gesetzt. Tobe. So ist das schön. So kann es ruhig weitergehen. Dann läuft der Penner einfach um den Baum rum. Das war aber nicht nett von dir. Aber mal so gar nicht. Ne, da oben so ein Knight sollte ich nicht angreifen. So ein Geistertyp, ne. Da sollte ich definitiv aufpassen. Das wäre gar nicht mal so geil. Das könnte nämlich ganz böse ins Auge gehen. Also, ich hab auch hier mal eben kurz umgeräumt. Und ich mir dachte, das macht irgendwie mehr Sinn. Ich hab jetzt die Karten hier unten drin. Dafür hab ich jetzt hier halt viel mehr Platz. Das ist ganz cool. Weil es droppen halt doch mehr andere Sachen wie Karten. Dann kann man lieber eben schnell die Karten darüber ziehen. Weil die brauchen wir ja eh nicht so oft. Können wir lieber dann die Karten an die Seite packen. Und die da benutzen. Beziehungsweise, wenn wir sie brauchen, da rausholen. Das ist definitiv sinnvoller. Get's it. Hier, kipp um. Schön. Das ist ja gut. Oh, Party ist schon level 50. Nice. Das ist ja gut. Gut. Oh, gut. Oh, das ist gut. Jetzt kommt mein Vieh da wieder nicht dran. Ich gehe kaputt. Ach so, schön. Glückert. So war das geplant. Hier, nein, nicht der da, der. F-Pieces 250, L-Pieces 1.000.000, Y-500k. Und dann entweder mir Bescheid sagen oder wenn ich nicht online bin per Mail schicken. Wenn ihr euch mit den Preisen anfreunden könnt, fände ich mega nice. So, auch so quasi support und so läuft. Oh, geht doch ganz gut hier. Gefällt mir. Hier sind wir jetzt hart, auf dem Weg zu 75. Zum Bogen. Uh, da freue ich mich auch schon drauf. Bei dem machen wir dann noch eine ganze Spur mehr Schaden. Hehehe. Da fühl ich mich richtig drüber. Mit dem neuen Bogen geht es dann ja noch schneller. Ich würde auch so ein 5-Level-Down-Ding drauf machen. Weil wir den in 57% benutzen können. Ähm. Aber ich habe schon lange keinen mehr gesehen, der die Dinger verkauft. Und ich weiß halt auch nicht, wie teuer die sind. Okay, er kommt noch. Sehr gut. Wie eine coole Stehne ist aber auch kacke. Man siehst du nicht so viel. So. So. Falsch. Pling. und dann gehen wir einfach hin ziehen die da runter und gut ist macht mir die Sache einfacher ja doch macht die Sache für mich einfacher ist doch richtig und weiter weiter geht's im Spielbetrieb stimmt das können sie auch machen ja mach mal chillen wenn er noch mal ein bisschen mehr XP kriegt hat er gerade auch gemacht vielleicht kann er gleich noch mach chillen wer weiß wer weiß wer weiß was ist das ist das ist das ist das das kann man ja jetzt gleich gucken wer die Warners hinlaufen ist das ist ist das 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 ist ist das das ist das das geht natürlich wird er nicht mit gucken egal das das ist das ist das das kann man die jetzt gleich noch mal eben vergeben das ist das 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 freut man sich darüber ja guck das müsste sidekeeper sein nicht dann häng ich ihn da grad so neben es gab eine zeit da konnte ich dir genau sagen zu welchem Set das gehört also nicht zu welchem Set aber zu welchem Job das gehört ist mir ein bisschen unser kollege ist mir ein bisschen hart ich bin mit dem moment haben schon relativ zufrieden natürlich geht es immer besser muss ja nicht sein gehen wir jetzt einfach mal wieder hier hin dann soll er da oben in ruhe machen und wir hier wir haben da jede menge platz alles easy guck mir sowas immer gerne an ok kärtchen drauf schon nicht verkehrt aber ist für mich halt völlig uninteressant ist aber halt für mich völlig uninteressant wenn ich eigentlich sein soll so so gut ich mach immer den reinhauen hehehe so so hmmm was sagen denn ich wusste ich 1009 ok besser wie nix ist halt nur die frage halten wir die fest, falls wir irgendwann mal eine Gilde haben oder machen wir daraus Petfeed wenn wir Eier kriegen müssen wir mal gucken ich hatte jetzt zwei Eier aber die hab ich halt hier mit dem Egg Hedger den ich ja hatte vorhin hab ich die gerade in der Pause kurz fertig gemacht damit wir wieder einen Platz mehr in der im im Depot haben ja und ich hab ja jetzt mit dem Charakter hier erst zwei Eier gedroppt also von daher ist halt so ne Sache fehlen ja nur noch 98 ich glaub bei 100 gibt's den Titel Meisterzüchter wenn mich nicht alles täuscht also von daher naja alles was Ei ist wird auch genutzt gefüllt fertig gemacht wie auch immer dann danach kann man dir verkaufen für günstiges Geld das bis dann bis 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 Oh dann können wir jetzt gleich den neuen andere anmachen und leuchtet vielmehr, da gibt auch ein anderes Set definitiv besser haben, mit besseren Awakenings und halt auch einen besseren Bogen geht schon sammel, sammel, sammel